Wie heißt du, in welcher Gruppe bist du und wie findest du's hier? Ich bin Amelie und ich bin in Alex Gruppe und ich find's cool hier. Ich bin der Manuel, bin in der Gruppe von Alex, eine fortgeschrittene Gruppe und ich find's hier gut. Ich heiße Debra, bin beim André in der Gruppe und es ist ganz nett hier. Okay, geht auch. Hi, ich bin die Sophia, ich bin in der Gruppe von André und ich find's super toll. Super! Also ich bin der Dominik, ich bin bei der Gruppe von Alexander und ich find's gut. Ich heiße Lisa und ich bin beim Alex und ich find's cool. Also ich bin der Max, ich bin in der Gruppe von Alex und ja, ich find's eigentlich ganz gut. Ja, ich heiße Fabio, ich bin der... In welcher Gruppe weinst du jetzt, mit der Rallye oder... Nein, weil Skifahren. Ich bin in der Gruppe, in der fortgeschrittene Gruppe von Alex. Und wie gefällt's dir? Gut, ich hab viel gelernt und ja, es macht Spaß. Ich bin der Lukas, ich bin in der fortgeschrittene Gruppe von Alex und ich find's sehr schön hier. Also ich heiße Daniela und ich bin in der... Ich bin Anfänger. Meine Gruppe heißt Eisbärchen. Und was hat dir Nüsseli ausgedacht? Und wie gefällt's dir? So cool. Ich heiße Marie, ich bin in der Gruppe Eisbärchen und ich find's eigentlich total schön hier. Ich bin Selin und ich bin Anfängergruppe, ja. Wie gefällt's dir? Gut, macht's Spaß. Und hier noch einige Schüler aus dem Pausenraum. Also ich heiße Sonja, ich bin in der No-Name-Gruppe. Wie? Elvira. Und jo, bis auf den Muskelkater und so gefällt's mir eigentlich ganz gut. Ich heiße Lisa, ich fahr beim Dominik und es gefällt mir gut. Ich bin der Peter und ich bin in der Gruppe von den Jägermeistern und also es ist gut, weil wir können auch schon relativ gut schnell die Piste runterfahren. Ich heiße Andrea, ich bin beim Andrei in der Gruppe und es ist ganz gut. Ich bin in der Gruppe bei der Frau Eise. Ich heiße Chantal und ja, was soll ich sagen? Silly! Mir geht's hier total gut, es macht total viel Spaß. Ich heiße Matthias, ich bin bei den Jägermeistern und es gefällt mir halt, es macht Spaß. Ich bin der Ole und ich bin bei der Elvira und mir fällt's ganz gut. Also, also, ich bin wartet, ich komme aus Indien und ich bin aus der Elvira in der Gruppe und ich kann toll Skifahren, ich mache Deutsch bei den Indien, wo ich keinen Schnee, nur Sonne, Heiz und gar nichts, aber hier ist toll. Ich heiße Sissi, ich bin bei der Jojo in der Gruppe und es ist hier ganz schön. Hi, ich bin die Aileen, ich bin in Johannas Gruppe und ich finde es auch sehr, sehr schön hier. Also, ich heiße Jasmin und ich bin bei der Frau Hanel und wir heißen Pistenteufel und es ist sehr schön. Marie und unsere Gruppe heißt die Albengutler und es macht mir sehr viel Spaß. Das macht mir hier sehr viel Spaß. Und unsere Gruppe heißt, ähm, Albengutler. Achso, die Pistenteufel. Ich heiße Elena und ich bin auch bei dem Pistenteufel und es ist lustig. Bei mir ist alles klar, ich kann nichts weiter sagen. Da ist Axel und dem gefällt es auch gut. Also, ich bin der Rorko, ja. Nein, Rorko, Pasko. Hörst du mal, äh. Rorko, ja. Fack mal den Tobi. Hat sie auch schon mit. Ja, ähm, ich bin beim Christopher in der Gruppe, ja. Und ich finde es gut. Ich heiße Felix, bin auch in der Gruppe vom Christopher. Und, äh, ja, mir gefällt es hier auch. Und das war sie auch schon. Die Dokumentation zur Skifahrt der 8. Klassen des Georg Büchner Gymnasiums 2011 im Defreckental im Osttirol. Auch im nächsten Jahr kommen wir die Klassen hierher und sie werden sicherlich genauso viel Spaß haben wie dieses Jahr. Hallo, Schiffreinzeit 2011. Hallo, Schiffreinzeit! Ja, hier heulen. Danke, wir lesح. Hallo, Schiffreinzeit 계속. Putz in deinem Leben abstreet. Da chil und ich mich nicht believesini. ロ